jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute ist der 23 dezember und es ist ein tag vor weihnachten es gibt heute wieder vier preise zu gewinnen für euch und zwar werden die preise für heute eine peter 50 franklin wäre der erste preis der zweite preis wäre dann die 5 business der dritte preis ist eine kamille und der vierte preis ein e8 revolver fällt für die leute die heute zum ersten mal einschalten erster link der video beschreibung da kommt ihr zu dem teilnehmer video guckt es euch an der erfahrt video teilnehmen könnt beziehungsweise was es zu gewinnen gibt und so weiter und so fort für die leute die glauben ja das ist egal wenn man jeder 24 dezember das aufgeschissen muss ich halt noch erwähnen morgen kommt ja der hautpreis und zwar das hansman knife habe ich gestern in den kommentaren gelesen dass manche von euch dachten dass sie waren froh dass sie gestern gewonnen haben somit können sie heute nicht gewinnen und sind dann morgen wieder mit dabei aber beim knife ist das egal also die was heute auch gezogen werden setzen zwar morgen dann aus bei den preisen bei den normalen preisen nur bei dem hauptpreis bei dem live ist jeder dabei da ist egal wer gezogen wird er ist dann der gewinner für den messer wisst ihr was ich mein so eigentlich war es dann auch so was von erzählen wenn ich glaub sonst ab soja die gewinne vergessen setzen heute natürlich aus sind dann morgen wieder mit dabei die was heute gewinnen sind setzen morgen aus aber sind trotzdem beim knife mit dabei also da kann dann jeder teilnehmen gut dann würde ich auch gleich mal den ersten gewinner ziehen das war jetzt der erste preis die peter 50 franklin genau die geht raus an den game player 287 heik geht zurück an dich du warst gestern nicht dabei werden gewinnen somit gehört die peter 50 franklin glückwunsch der zweite preis war dann die 5 7 monkey business die geht raus an den lp mit spike der wacke ist dann ebenfalls auch nicht dabei somit glückwunsch an dich der dritte preis war dann die au chameleon die geht raus an jetzt show 0 2 du warst gestern auch nicht bei den gewinnen dabei somit glückwunsch an dich und der vierte preis war der e8 revolver fällt so das musste ich kurz überlegen ihr geht raus an ein trillerino du warst gestern auch nicht dabei werden gewinnen somit glückwunsch an euch vier irgendwas wollte ich noch sagen aber ich weiß nicht mehr was egal ähm wie gesagt morgen um circa 15 16 17 uhr sowas werde ich dann das video aufnehmen bis dahin habt ihr zeit zu kommentieren nutzt die zeit steigert eure gewinnchance wenn ihr nicht wollt dann halt nicht ansonsten einen daumen nach oben würde ich mich freuen über ein abo sowieso also wenn ihr noch nicht abonniert habt könnt ihr jetzt rein zappen und dann wollte ich euch noch fragen ob ihr schon halbzeit auf morgen auf weihnachten oder aufs knife wer weiß vielleicht gibt es ja auch einen unter euch der sagt nö kein bock aber egal dann würde ich auch gleich sagen das war's für heute schaltet morgen ein wenn das knife gezogen wird also wenn das raus geht dann auch gleich ciao und bis morgen euer alex euer alex euer alex euer alex ein weiter ein